Im Rekordtösch der Literatur, Nobelpreisträger, ehemaliger Auschwitz-Häftling, sagte einmal, unser Überleben war ein Betriebsunfall. Meine Familie wurde zum Großteil ausgerottet, und 19 Mitglieder meiner Familie wurden ermordet. Und darum trifft mich das besonders, dass durch den jetzigen Wahlausgang eine Partei stark gewonnen hat, von den Burschenschaften durchsetzt. Und ich möchte einige Beispiele bringen, warum mich das so irritiert. Es gibt sieben Fälle von schwersten Kriegsverbrechen, wo Burschenschafter beteiligt waren. Und eine dieser Burschenschafter sind nach wie vor in den Ehrenlisten und Ehrentafeln ihrer Verbindungen. Zum Beispiel in der Innsbrucker Germania, der Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka, Eberl. Also kein KZ, ein ausgesprochenes Vernichtungslager. Oder das Schiff der Mordzentrale, das Schiff des Reichssicherheitshauptamtes, Ernst Kaltenbrunner, in der Grazer Arminia. Und ein besonders arger Fall ist die Innsbrucker Suevier, die ein Mitglied nach wie vor auf der Ehrentafel haben, nämlich Gerhard Lausecker, der im Jahr 1938 den Präsidenten der Kultusgemeinde ermordet hat. Er flüchtete dann ins Ausland. Von diesen Mitgliedern haben sich diese Burschenschaften nie distanziert, indem sie sie aus ihren Mitgliederlisten gestrichen haben. Noch zwei krasse Beispiele. Im Kärnten, im Kärnten, im Glanfurter Gemeinderat, hat die Freiheitliche Partei, als einzige Partei, war sie dagegen, dass für das ehemalige Gestapo-Hauptquartier eine Gedenkstätte errichtet wird. Und das zweite Beispiel, noch ärger, dass die Aula, die Zeitschrift der Freiheitlichen Akademiker, uns ehemalige KZ-Häftlinge als Verbrecher bezeichnet hat. Sie wurde durch alle Instanzen verurteilt und sie musste einen Widerruf veröffentlichen. Deshalb gehört eine solche Partei, die von solchen Leuten durchsetzt wird, nehmen die diesen Burschenschaften nicht in die österreichische Bundesregierung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017